Wir leben nach offiziellen Angaben etwa 1.600 Asylbewerber, deren Angriff in Bearbeitung wird hier entführt. Dazu kommen noch die zahlreichen Geduldeten und sogar abgelehnte Asylanten hinzu. Nur weil die etablierten Medien dem Thema Asylzustrom derzeit weniger Aufmerksamkeit widmen, darf dies nicht über die Tatsache hinweg kreuschen, dass die Asylwelle umgebremst über unsere Heimat rollt. Auch empführt sind die Auswirkungen der maßenhaften illegalen Einwanderung zu spüren. Im Straßenfeld, in der Kriminalitätsstatistik und auch in der Errichtung neuer Asylpersonen. Wir wollen das nicht. Wir sagen Schluss damit. Wir wollen keine Asylantenheime. Wir wollen keine Asylantenheime. Wir wollen keine Asylantenheime. Wer bereit sein Mitglied, wer bereit sein Mitglied. Ihr seid eine Schande, eine Schande, eine Schande. Der Deutschland nicht lieb, soll Deutschland verlassen. Der Deutschland nicht lieb, soll Deutschland verlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017